So, heute der Artikel Bimbo von Leslie Feuerwerk. Und zwar ist das ein Klarsichtbeutel mit drei kleinen Fontänen. Ein Artikel, den es seit 2014 auch in Deutschland gibt. Es handelt sich hier im Grunde genommen auch nur um drei Fontänen, ähnlich wie zum Beispiel der Kellerzauberbox oder Komet-Sternkreise. Sprich, wenn man sich das mal von unten anschaut, sieht man gut in der Mitte jeweils eine kleine Fontäne und außenrum dann kleine Röhrchen, in denen Bienen mit einem kleinen Liftsatz drin sind, die dann kurz hintereinander herausgeschossen kommen. Gibt es schon von den verschiedensten Herstellern auf dem deutschen Markt, nun auch von Leslie unter dem Namen Bimbo. Schauen wir uns mal nochmal die Rückseite an. Wir haben hier eine NEC von ca. 41,94 Gramm. Natürlich verteilt auf alle drei Stück. Das Ganze logischerweise eingestuft in Kategorie 2 mit der BAM F21157. Ja, ansonsten wurde das Ganze produziert von der Firma LYF. Ja, ansonsten auch nicht viel mehr wichtige Informationen hier hinten drauf. Ist wie gesagt ein Produkt, welches es zwar erst 2014 in den Handel geschafft hat, es aber schon vorher von den verschiedensten Firmen im Grunde genommen eigentlich gab. Von daher nicht wirklich eine Neuheit. Aber gehen wir einfach mal testen. Ich schalte auch damit. Ich schalte auch damit. Billig. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017